Herzlich willkommen zurück auf Tom Who Knows, heute ist der 20. November, dies ist ein kleines Video-Update. Die gute Nachricht gleich vorweg, wir sind online. Seit gestern Abend circa sind wir mit unserer selbst gebastelten Magrav Power Unit online. Sieht im Moment so aus, das Ganze steckt noch immer am Strom hinten dran, beziehungsweise am Hausnetz. Ich möchte jetzt nicht im Detail wieder darauf eingehen, warum das hier ist, warum steckt das hinten am Strom etc. Da geht es hauptsächlich um die Phase, beziehungsweise, dass sich das Plasma mal an den Strom an sich gewöhnen muss. Und das dauert dann eine Zeit, der Cache schlägt da 21 Tage circa vor, bis man es komplett hinten rausnehmen kann. Und dass sich das Plasma quasi auf den Strom einstellt und man erhöht dann die Last am Output quasi immer mehr und mehr. Man beginnt mit einer LED-Lampe, steckt dann einen Fernseher an oder man steigert halt die Watt, den Output immer mehr und mehr. Nicht so schnell, damit ich das Ganze richtig schön anpassen kann. Ist eine super Nachricht, ich freue mich isselnig, weil der Nils da wirklich seit zwei Wochen Tag und Nacht arbeitet, dass es wirklich perfekt wird. Und das ist es definitiv geworden. Die Tests sind am Laufen. Genauere Updates werden wir nächste Woche hören. Wir planen oder geplant ist, dass wir mit einem professionellen Filmteam das Ganze abfilmen werden. Wir werden dort im genauen Step-by-Step beschreiben, wie ist die Herstellung und also alles. Also alles. Es wird ein, oder die Idee dahinter ist, ein wirklich idiotensicheres Video zu machen, dass es jeder versteht. Das Ganze dann auch versehen mit mehrsprachigen Untertiteln und so weiter. Und wir werden auch dieses Instruction-Video dann auch mehr so quasi zertifizieren lassen von der Cashew Foundation selbst, dass sie wirklich quasi das Okay geben, das was hier erklärt wird, ist offiziell korrekt. Weil mittlerweile die Gruppen sind so mächtig geworden, diese Facebook-Gruppen, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und manche, zu viel Informationsfluss, zu viele Missverständnisse, es bleiben einfach zu viele Fragen offen. Es ist gar nicht mutwillig jetzt von Leuten, die falsche Informationen streuen, aber man hat halt irgendwas schlecht verstanden oder falsch aufgefasst, gibt es dann als Wahrheit weiter, obwohl es das gar nicht ist. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also das ist auf jeden Fall alles geplant. Ich kann auch noch sagen, dass seit schon ein paar Tagen mehr in Österreich vielleicht auch eine weitere Magrav-Unit läuft und meines Wissens der Strom von hinten, also der Input, wenn man so will, nachweislich auf Null ist und auf der anderen Seite seit ein paar Tagen 200, 300 Watt oder so rauskommen. Aber es gibt diverse Gründe, warum viele dann auch ein bisschen Angst haben, das groß zu verkünden. Und ich muss ernsthaft sagen, das ist nicht einmal unbegründet. Natürlich ist es unbegründet, aber es gibt mittlerweile Leute, die wirklich, also Peter, Kevin, ich und noch ein paar andere und so weiter, die wirklich schon bedroht werden. Es ist immer ein Unterschied, wenn man liest, von wegen, ja, der schreibt mir eine Hass-Mail oder der droht mir Gewalt an, es ist aber immer ein Unterschied, wenn man selber liest. Also wenn man weiß, man ist selber in der Rolle. Und es gibt wirklich Mails, beziehungsweise Kommentare, die das gleiche Bild haben, teilweise die gleiche Satzstellung haben, als versucht uns irgendwer, jemand fertig zu machen. Da wird dann gesprochen von wegen, ja, bei dem einen Vortrag von Ihnen ist mein Schwager zu erkennen in der dritten Reihe und so weiter, also passen Sie auf, dass Ihnen nichts zustößt. Und kranke Welt, kranke Welt. Also es gibt für mich da nur zwei Optionen. Entweder diese Leute sind so in ihrer Angst manifestiert und so verhaftet, dass wie Morpheus aus Neo in der Matrix sagt im Trainingsprogramm, die Leute werden darum kämpfen, um am alten System festzuhalten. Oder Die Matrix ist ein System, Neo. Dieses System ist unser Feind. Was aber siehst du, wenn du dich innerhalb des Systems bewegst? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Tischler. Die mentalen Projektionen der Menschen, die wir zu retten versuchen. Bis es dazu kommt, sind diese Menschen immer noch Teil des Systems. Und das macht sie zu unseren Feinden. Du musst wissen, dass die meisten von Ihnen noch nicht so weit sind, abgekoppelt zu werden. Viele dieser Menschen sind so angepasst und vom System abhängig, dass sie alles dafür tun, um es zu schützen. Hörst du mir zu, Neo? Oder siehst du der Frau in dem roten Kleid nach? Ich war... Sieh sie dir an? Oder sie sind in Auftrag gegeben worden, von wem oder was auch immer, um den Leuten Angst einzujagen. Wo ich mir wiederum denke, wer auch immer das ist, und vielleicht schaust du auch gerade oder sieh das Video und verfolgt meinen Blog. Ich bin mir sicher, dass da auch ganz andere Leute mitschauen. Seid's normal. Ich meine, seid's normal. Ihr habt genauso Kinder, ihr habt genauso Eltern, ihr habt genauso irgendwelche Lieben da. Und ihr seid genauso verhaftet in einem manipulierten und aufdoktrinierten System, wie wir alle. Also bitte versucht's natürlich im Bereich eurer Möglichkeiten. Ich meine, wenn man bei so... Ich hab selbst genug Kontakte und so weiter. Ich weiß, dass die Leute das teilweise machen müssen, weil sonst verlieren sie einfach ihren Job. Und das ist überall so. Also man darf nicht sagen, ja, dann mach ich's einfach nicht. Da hängt viel dran. Auch jeder hat so sein privates Schicksal. Aber bitte versucht's, so menschlich wie möglich zu bleiben. Und sollte sich das intensivieren und so weiter, ich bin gerne auf jeden Tipp. Oder sagen wir so, ich bin dankbar für jeden Tipp in dieser Hinsicht. Ich hab auch schon diverse Security-Angebote bekommen und auch auf die man sich wirklich verlassen könnte. Aber es ist nicht nötig, weil ich mir denke, der einzige Grund, warum diese Dinge noch nicht umgesetzt worden sind, ist, dass sie Angst streuen. Ich weiß auch, dass gerade im österreichischen Sektor meines Wissens nach auch schon diverse Leute verschwunden sind, umgekommen sind in den vergangenen Jahren, die sich mit freien Energie, also mit alternativen Technologien und so weiter sehr intensiv beschäftigt haben, unter die dubiosesten Umständen. Also man kennt das irgendwie aus Filmen, aber es ist gar nicht so weit weg. Also ihr könnt euch sicher sein, diese Strukturen und diese Angstmaschinerie im Hintergrund ist auch bei uns gegeben. Aber man darf sich da nicht einschüchtern lassen. Also seid's mir nicht böse. Nur weil die Leute irgendwie versuchen, im Guten die Welt zu verändern, dass ich die dann versuche, in die Angst zu treiben. Wenn man das zulässt für sich selbst, wenn man da in die Angst geht und dann seine Vision oder seine Ideen oder nicht mehr das sagt, was man sich denkt und fühlt. In so einer Welt möchte ich nicht leben. Da sterbe ich lieber zehnmal den Märtyrer-Tod, mit dem Joker, dass wir sowieso unsterblich sind, vor was Angst haben. In dem Sinne wird es einfach weitergehen. Wir werden das gescheit raus besaunen. Wir werden Videos davon machen. No turning back. Also der Punkt ist schon längst erreicht und mittlerweile sind so viele Leute dran, diese Dinge nachzubauen und die Kommunikation läuft sowieso, also es ist nicht mehr aufzuhalten. Somit werden wir nächste Woche in ein, zwei Wochen hoffentlich das komplett auch geschnitten haben und so weiter, dass dieses Update dann kommt. Ihr dürft also gespannt sein. Wir werden, oder ich werde natürlich weiter berichten, wie es bei unseren Tests weitergeht. Wie viel da jetzt rauskommt. Es dauert halt ein bisschen Zeit. Also lasst euch Zeit, es ist alles im Laufen. Übrigens, die ersten Units, die ausgeliefert wurden, sind auch schon angekommen. Es gibt mittlerweile schon ein Video, oder ich glaube, es gibt ein Foto, einer ein Foto postet und einer ein Video, einer sogar aus Deutschland, der das auspackt und genau das Equipment herzeigt, wie der Cash im letzten Workshop vorgestern auch gezeigt hat, wie das Package quasi ist und was da alles dabei ist. Ich weiß auch von vertraulicher Quelle, also, dass die Auslieferungen so gut es geht blockiert werden. Da kommen dann so Dinge auf, ich meine, die Leute werden das nicht wissen oder keine Erfahrungswerte mit denen haben, was so rechtliche Dinge angeht, so wirklich, dass es durch diese Strukturen des Rechtlichen überhaupt durchgeht. Das ist alles nicht so einfach. Und ich weiß von Italien, da gibt es noch Streitigkeiten wegen einem genauen Wording in diversen für Zertifikate, damit das genehmigt ist und da kommen halt diese Paragrafen zum Einsatz, um das ganze Ding auszubremsen. Aber es geht in die richtige Richtung. Sie schaffen das. Sie sind gerade im Auslieferungsprozess und im Prozess eben die ganzen Dinge zu versenden. Also, ich habe da keine Zweifel mehr. Ich habe da keine Zweifel mehr. Ich habe auch deswegen keine Zweifel mehr, weil ich direkt mitbekomme, was geplant ist für den Deutsch-, Österreich- und Schweizer Raum. Also, es wird eine Art Dachverband geben. Wir organisieren auch gerade das alles. Alles Step by Step. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mit Vereinsgründung und wie das Ganze rechtlich dann überhaupt ausschaut. Also, man muss das ja rechtlich decken. Man darf dem System ja quasi keinerlei Möglichkeit geben, dass man das dann irgendwie steuerlich, wie auch immer, wie auch immer. Also, das dauert einfach Zeit. Da sind Leute gerade am Merklin im Hintergrund, Spezialisten, wirkliche Spezialisten am Merklin, die halt versuchen, quasi einmal dieses Konstrukt im deutschen Sprachraum aufzuteilen oder zu kreieren. Und wenn das Ganze dann passiert, und ich hoffe, es entscheidet sich jetzt in den nächsten Tagen, beziehungsweise ein, zwei Wochen maximal, wird es dann länderübergreifend quasi eine Cash-Organisation geben. Das ist auch in mehreren Ländern geplant. Also, die Foundation an sich versucht gerade, in jedem Land Europas oder der Welt präsenter zu werden. In Nigeria haben sie zum Beispiel schon eine Uni oder ein offizielles Institut, so ein Teaching-Institut eben. Und es dauert einfach alles, es dauert alles. Seid euch gewiss, es wird so viel Aufwand im Hintergrund gerade betrieben. Warum sollte man das machen? Also, es hat wie, also, da sind alle Zweifel verplatzt. Ich kenne Leute, ich spreche einmal in der Woche mit den Leuten, wir haben unsere Meetings, wo wir uns quasi austauschen. Und ich kann euch sagen, es ist da vieles geplant, nur es braucht einfach Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Das System versucht, dort, wo es kann, die Steine in den Weg zu legen. Aber lehnt euch zurück, lehnt euch zurück. Was mir noch persönlich wichtig ist, zu den ganzen Frankreich-Anschlagsthemen oder generell den Terrorismus. Das Video, was ich gemacht habe, dieses Frankreich-Video, hat insgesamt, ich glaube, 70, 80, ich habe keine Ahnung, ich schaue nicht mehr wirklich drauf, Views und 900 Likes nach oben und 100 nach unten. Also, du hast so ein 9-1er-Verhältnis. Da sieht man mal wieder, wie die Stimmung der Menschen generell ist. Also, es gibt zwar viele, die halt dagegen reden und sagen, ja, und wie kann man nur und hin und her, aber so 9 zu 1, man sieht, dass die Leute immer mehr aufwachen und dass dieses Gedankengut schieftet. Und was man jetzt erkennen kann, ich verfolge ehrlich gesagt nicht die Nachrichten. Ich sage danke, Manu, dass du mir hilfst im Hintergrund, einen Überblick über diese News zu halten. Wir machen das im Moment so, dass ich mehr oder weniger Leute habe, die sich quasi an diverse Themen dran klinken. Es gibt dann so ein Online-Wordpad und so weiter, die halt diese ganzen Links dann reinsammeln und die mich quasi investigativ unterstützen für diverse Themen. Weil ich schaffe es nicht mehr zeitlich, dass ich mich um alles selber kümmere. Wenn irgendwer Interesse hat, da irgendwie an Storys mitzuarbeiten oder an Informationsbeschaffung, meldet es euch. Ich werde irgendwann einen Facebook-Post machen, wo ich quasi mal die Interessensgruppen ausschreibe, was ich so bräuchte. Ich bräuchte wen, der zum Beispiel die Sonnenstimme anschaut, der die Erdbeben im Augen hält, der archäologische Ausgrabungen im Auge hält, der die Grenzwissenschaft im Augen hält, der einen komplett übergreifenden Informationsfluss quasi irgendwie bündeln. Das ist so die Idee dahinter. Und zu den Anschlägen ist nur zu sagen, ja, as expected, oder? Die Grenzen sollen irgendwie aus der EU-weit, wie ich es gesagt habe, überlegen es dich zu machen und Schengen-Abkommen und was weiß ich. Die ganzen Gesetze jetzt kommen mit der Voraussdatenspeicherung und die Flugdaten sollen in Europa ausgetauscht werden komplett. und Zäune und ich habe keine Ahnung. Ich habe heute, wie ich mit dem Auto heimgefahren bin, Radio gehört, Trash-Talk, also nur Angst mache. Es sind auch überall Bombendrohungen und auf einmal Testalarme. Ich lehne mich da jetzt vielleicht weiter aus dem Fenster. Ich überlege es nur aus der Sicht, was würde ich tun, wenn ich die Elite wäre und würde ich versuchen, den Leuten Angst zu machen. Oder was würdest du tun? Weil so kommt man auf die Dinge drauf. Also, du hast in Einkaufshäusern auf einmal Bombenalarme, du hast, es ist so einfach, ich brauche nur anrufen. Im Endeffekt brauche ich nur anrufen, bringe ich eine Veranstaltung und Alarkbar reinrufen, Bombe, irgendwas und hänge auf. Die werden evakuieren. Die werden evakuieren. Und es passieren so viele Dinge im Hintergrund, die ich jetzt auch nicht namentlich wirklich nennen brauche, weil das halt nur natürlich Spekulation meinerseits sind, aber die die Leute noch mehr in die Angst treiben. Ländermatch Österreich gegen Schweiz fliegen drei Blackhawks über Stadion. Seid es mal nicht böse, was hat das eigentlich für einen Zweck? Sollen sich die Leute jetzt sicher fühlen, wow, da fliegen drei Militärhubschrauber drüber, ich fühle mich total sicher, dass da jetzt keine Anstehe kommen im Stadion. Oder denken sich die Leute eher so, bumm, jetzt fliegen schon Militärhubschrauber, brrrr, und noch mehr Angst. Ich tippe eher auf das Zeitere. Das Einzige, was ich denke, dass diese Anschlagsserien oder diese Terrorzellen in Europa, die von wem oder was auch immer gesponsert werden, immer mehr aktiviert werden. Also ich denke, die Chancen sind hoch, dass noch mehrere Dinge kommen, mehrere Anschläge, auch vielleicht in mehreren Ländern, vielleicht auch in Österreich, who knows, keine Ahnung, aber es macht nichts. Es macht deswegen nichts, weil wir verstehen müssen, dass wir angegriffen werden. Es ist ein Angriff auf unseren Zusammenhalt, auf unseren Frieden, wenn du so möchtest. Ich meine, dasselbe hat der Obama gesagt und der hat eine andere Intention dahinter. Und wir dürfen uns nicht teilen lassen, wir dürfen uns nicht in diese Angst begeben, wenn wir wissen, das wissen ja die meisten, dass das finanziert ist, von wem es finanziert ist. Die Russen haben sogar offen gelegt bei der G20 vor ein paar Tagen, wie beim vorigen Video beschrieben, dass das sogar von G20-Staaten selbst gesponsert wird. Uns muss das immer bewusst sein, nicht Angst, sondern Angst wegen dem. Und um das geht es. Wir müssen da differenzieren. Und es wird hektischer werden, es wird definitiv hektischer werden, sie werden versuchen, da ein neues Terrornetz und da hat sich wieder in die Luft gesprengt und da und da und da und da, damit das Volk Angst bekommt zu den Waffen. Ihr müsst überlegen, die Stimmung im Volk ist dann sehr angespannt. Wenn dann noch dieser Winter kommt, der wahrscheinlich, oder ich bin gespannt, wie er wird, sehr milder wird, dann kann das sehr leicht alles umschwappen. Und wenn einmal diese Gewaltspirale, egal auf welcher Seite, wenn das Ganze beginnt, kommst du nicht mehr raus. Weil dann ist egal, wer begonnen hat, dann ist der Hass schon so groß und Europa ist komplett destabilisiert. Ich bitte euch einfach, ich glaube es gibt keinen mehr, der nicht weiß, was der US-Terror ist oder von wem der wirklich gesponsert wird. Amerika, Saudi-Arabien, Türkei und Co. Achtung, liebe türkische Freunde, die das hören, ich meine damit nicht pauschal die Türken, ich meine damit die Machthaber, wenn man so möchte. Oder halt Teile davon. Genauso wie es bei den Amerikanern ist und EU und so weiter. Also bitte aufpassen mit Pauschalisierungen. Was mich auch zu dem nächsten Punkt wiederbringt, dieses Video ist vielleicht ein bisschen ein Round-up von vielen Themen in den letzten 6-7 Tagen, sind Pauschalisierungen. Achtet bitte und Verurteilungen. Also ich lebe nach diesem Standard, dass ich versuche, alle Pauschalisierungen, alle Bewertungen und Vorurteile aufzulösen. Wenn ich jemanden kennenlerne und er schaut aus wie der ärgste Sandler, werde ich ganz normal mit ihm sprechen, genauso wie ich jetzt nur mit dir spreche und werde mich nicht durch sein Erscheinungsbild, Kleider machen Leute, wir haben ja alle gelernt, Kleider machen Leute, was für ein, wenn man so drüber nachdenkt, was für ein ultimativer Bullshit das ist. Kleider machen Leute, anhand von der, von dem Hausanzug oder von der Trainingshose, die er anhat, kann ich jetzt sagen, was er für ein Mensch ist, in welcher Schicht er gehört, zur Elite oder zur unteren Schicht. Da muss man aufpassen. Diese Pauschalisierungen, ein radikaler Islamist, da ist nicht der Islam schuld, da kann man nicht alle in den Topf schmeißen. Wenn man sagt, die Juden haben den Krieg angezettelt, dann kann man nicht sagen, die Juden als Glaubensgemeinschaft oder das Ganze, sondern der zionistische Unterteil. Man ist genauso, wenn ich sage, die Christen machen Kreuzzüge und verbrennen Leute oder Kuckucksklan und so weiter, dann ist das der KKK und nicht das Christentum. Das ist essentiell wichtig. Bitte achtet es darauf. Was ich auch immer mehr entdecke und ich merke es auch an meiner Woll und wie die Leute untereinander kommunizieren. Seid euch bewusst, dass ihr dasselbe wollt. Seid euch bewusst, dass ihr auf derselben Seite steht. Ihr fuckt euch teilweise wegen Dingen an, weil der eine schreibt, ja, die Juden sind alle schuld und der andere schimpft dann gleich ein Rassist. Punkt eins, der erste pauschalisiert, und der zweite verurteilt und bewertet. Weil der sieht, ja, der sieht gleich das und ja, dann ist er gleich ein Rassist. Beide kennen sich nicht und beide haben noch nicht einmal miteinander gesprochen. Richtet nicht, auf das ihr nicht selbst gerichtet werdet. Haltet euch das im Hinterkopf. Versucht eure Denkmuster und Denkstrukturen. Versucht es, bewusst dazu zu werden. Versucht in die Selbstreflexion zu kommen, wie eure Bewertungen, eure Gedanken, wann sie ausschlagen. Und erkennt es bei anderen. Weiß andere freundlich darauf hin. Es kann nicht sein, dass wir uns untereinander bekriegen, wer jetzt der Recht hat, ob jetzt der Recht hat, der sagt, Grenzen zu oder Grenzen auf. Das Problem ist dasselbe. Beide wollen dasselbe. Beide wollen dasselbe. Aber die links- und rechten Parteien hauen sich dann in die Pfeifen deswegen. Und wiederum, Teile und Herrsche. Das ist der einzige Grund. Bitte seid euch bewusst, dass wenn wir gemeinsam, alle zusammen, unsere Ideen, unsere Visionen, unsere Träume mitteilen und wir wissen, dass wir nicht alleine sind mit unseren Vorstellungen, wie in der Welt zu sein hat, haben wir gewonnen. Ist es vorbei. Wir haben im Prinzip die Möglichkeit, macht eine Facebook-Gruppe, invitet 50 Millionen Leute in diese Gruppe, macht das mehrsprachig und wir treffen uns am 6.1. alle um 17 Uhr vor allen möglichen Botschaften. So als Zeichen. Möglich wäre es. Nur müssen es alle wissen, dass es sowas gibt. Medien schweigen das Tod. Ihr wisst, wo ich da hin will. Wir haben, es ist so eine kritische, nicht kritisch, es ist so eine wichtige Zeit. Es ist so eine wichtige Zeit, dass wir zusammenhalten als Menschheit. Ich werde sicher noch weitere Videos dazu machen, damit ihr mein Bild auf die Welt versteht. Wir leben in so interessanten Zeiten, in so wichtigen Zeiten. Die Welt ist im Wandel. Gaia oder der Planet ist im Wandel. Wir haben gestern im November 20 Grad gehabt. Es ist mal wieder der wärmste, mal wieder, weil diese Jahrhunderte, die Rekorde steigern sich ja von Jahr zu Jahr. Das Wetter ändert sich. Der Planet verändert sich. Wir sind in einer Transformation, wir sind in einem Prozess, wir sind in einem Zyklus, der endet. Nämlich, Hallo Marias, das ist der einzige Message gewesen 2012. Zyklus endet und wir merken, dass der endet. Und dann kommen die Medien immer Weltuntergang und so weiter. Hat sich irgendwer von euch schon selbst mit dem Thema auseinandergefasst? Hat er mal die Meinung von den Schamanen selbst sich angehört? Ich habe mir das. Ich habe mir das. Ich war in Peru, ich habe mit den Leuten gesprochen. Und ich habe auch einen Film übrigens gepostet, gestern auf der Facebook-Seite, dort könnt ihr euch den Film anschauen. Da seht ihr, was so diese Prophezeiung wirklich war. Es ist ein Bewusstseinswandel. Und wir sind voll mittendrin. Und es wird scheppern. Und die Katastrophen, wenn man so möchte, werden mehr. Die Erde reagiert. Wir reagieren. Wir sind so verbunden mit der Erde, über das elektromagnetische Feld. Wir sind im kollektiven Bewusstsein so verbunden, dass es essentiell wichtig ist, dass jeder bei sich selbst anfängt. Es ist deine Intention. Es ist das, was du gedanklich in das Feld rausgibst. Wenn du einen Gedanken hast, hast du Schwingungen, hast du Dinge, die aus deinem Gehirn rausgesendet werden. Und vom Herz sowieso noch mehr. Das ist kein Hokus-Pokus. Es ist die Intention. Warum gibt es diese mehrfach getesteten Phänomene, dass wenn jetzt da eine Gruppe von Leuten oder tausende von Leuten in New York oder in Palästina gemeinsam meditieren und quasi ein coherent thought, also einen gebündelnden Gedanken, eine gebündelnde Intention von Leuten haben und das quasi sich vorstellen, dass Friede auf der Welt herrscht oder halt in Palästina und so weiter und die Kriminalitätsraten in New York oder Palästina gehen wirklich nachweislich aber so hinunter. Also man sieht auch, jeder von euch ist so wichtig für diese Phase, die wieder im Moment alle gemeinsam durchlaufen. Ihr versucht euch dessen bewusst zu werden. Es kommt auf jeden einzelnen Gedanken an von euch. Ist der Gedanke jetzt eine Liebe oder Angst? Ist er Trennung oder ein als Kollektiv? Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Die Angst ist... Und wir spüren, dass was kommt. Die Menschenwanderung. Da glaubt ihr ja, wie ist es bei Tieren? Wenn irgendwo was passiert, beginnen die Tiere von dem Ort zu flüchten, oder? Komisch. Glaubt ihr, es ist bei Menschen anders? Glaubt ihr, wir haben nicht so eine Schwarmintelligenz, wenn man so will? Von wo flüchten die ganzen Leute? Von Afrika vielleicht? Ist es jetzt wegen einem Krieg? Oder ist das nur die Manifestation davon? Oder das, was wir als Grund angeben? Ist es gestaged oder einfach Zufall oder einfach, weil es so sein soll? Ich sehe es eher, dass die Menschen dorthin flüchten im Moment, wo es am sichersten sein wird in den nächsten Monaten oder Jahren. Aber das ist meine Welt, das ist meine Sichtweise. Ich kann viele Sachen nicht belegen, anhand von Medienzeitungsartikeln. Es ist einfach ein Gefühl, was ich habe. Und ich bin nicht der Einzige mit dem Gefühl. Und es passiert so viel Gutes auf der Welt. Es passiert so viel Gutes. Wir haben so, ich kann nur von mir reden. Mir wird immer bewusster, je mehr ich in die Initiative gehe, je mehr ich überlegt habe, ich bin ruhiger, mich nicht von meinen Gefühlen steuern lasse, je mehr ich in die Selbstreflexion gehe, je mehr ich den Moment auskoste. Alle so Sachen, die habe ich vor drei Jahren schon gewusst, durch meine Ausbildung. Nur es ist jetzt endlich der Punkt da, wo ich es wirklich verinnerlicht habe. Wo ich nicht nur darüber erzähle, sondern es wirklich bin. Und ich möchte jedem Einzelnen helfen, dass er den Punkt auch erreicht. Und die meisten sind am Weg. Und es passiert so viel. Es ist die Zeit, dass wir mit unseren Ängsten, dass wir unsere Ängste ablegen. Es ist die Zeit, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen. Lasst euch nicht ablenken. Ich poste zwar noch diese Sachen, diese politischen, aber ich poste das eher für die Leute, die noch nicht quasi aus dieser Matrix rausgekickt sind, die sich diese Dinge nicht vorstellen können. Ich möchte mich nicht nur auf dieses, ich möchte mich jetzt nicht abwenden von den ganzen Kriegssachen oder von dieser negativen Seite und mich nur auf das Gute konzentrieren, weil es ist immer die Balance. Es balanciert sich immer. Das Gute, diese ganze Illuminatenkacke, diese ganzen Kriege und dieses Ganze, so wie ich sehe, es ist dasselbe, dasselbe Medaille. Es ist das Ying und das Yang, das sind auch Menschen, zumindest die meisten wahrscheinlich, sind auf unserer Seite und sind halt geblendet. Seine nicht böse, denn sie wissen nicht, was sie tun, weil sie es unterbewusst sind, weil sie aufgewachsen sind in Syrien, in der dritten Generation, wo die Eltern umgebracht werden und so weiter und sie dann angeheuert werden von Radikalen. Naja, wenn deine Mutter, wenn da Krieg herrscht und deine Mutter wird vergewaltigt und deine Schwester aufgehängt und aufgeschlitzt vor deinen Augen und dann kommt irgendwer und sagt, hey, willst du dich uns anschließen? Wir wollen genau die bekämpfen. Was würdest du machen? Was würdest du machen? Die geben dir dann auch das Gefühl der Sicherheit, so wie die Jugend SS oder wie das damals geheißen hat. Es würde jeder machen. Hey, das ist ein logischer Schluss. Seid es mal nicht böse. Kann ich jetzt auf den sauer sein? Kann ich denn auf den sauer sein, dass der einen Hass hat oder leicht gebrainwashed wird oder leicht quasi verführt wird von diesem gezielten Terrorismus oder den amerikanischen Terrorzellen-Isis? Da bomben sie die Länder, dass sie den Hass streuen und dann nützen das noch aus, um den Spin-Off zu kriegen, damit sie die anderen Länder damit terrorisieren. Stets über den Dingen. Stets über den Dingen. Nicht in die Emotionen gehen. Nicht nicht leiten lassen. Anschauen ja. Anschauen ja. Verstehen ja. Und verstehen, was wollen sie uns vermitteln. Aber nicht da mitspielen. Nicht da mitspielen. Und ich bin froh und es freut mich wirklich, weil wenn ich die Facebook-Kommentare, also wie gesagt, 9 zu 1, das Verhältnis auf das Video mit Russland oder mit dem G20-Video vor ein paar Tagen, die Leute beherrschen, die Leute behirnen das. Schaut es einfach nicht mehr. Gar nicht hin, schon würde ich nicht, weil dann konzentriert man sich wieder zu viel auf das Gute und dann geht automatisch das Negative hoch. Es muss ein Ausgleich sein. Schaut es euch die Kacke an, durchleuchtet es, habt keine Angst davor, habt keine Angst davor, sondern habt immer die Sicht auf beiden, auf das Gute und auf das Negative. Und ihr werdet sehen, dass es im Endeffekt ein Prozess ist, der benötigt wird, um alles zu harmonisieren. Mag für manche vielleicht jetzt crazy klingen oder nicht ganz verständlich. Es ist dasselbe Spiel, wenn man so möchte. Gut, in diesem Sinne, danke wieder fürs Einschalten. Es wird nächste Woche oder es wird in naher Zukunft auch ein Video-Update geben. Es wird hoffentlich, Wolf, ich hoffe, du kriegst das hin. Ich drücke dir die Daumen. Die Homepage wird fertig werden. Viel geplant. Nächste, übernächste Woche geht es wieder in die Schweiz. Ist zumindest jetzt einmal geplant. Ist noch nicht 100% fix. Wir werden dort wahrscheinlich mit oder ziemlich sicher mit Time2Do im Schweizer Kabelfernsehen etwas drehen. Es ist viel geplant. Ich bin da noch ruhig. Wie immer, bleibt es auf dem Channel. Es würde mich freuen. Ich werde euch immer mit neuesten Updates versorgen, abonniert den Facebook-Kanal und den YouTube-Kanal, damit ihr eben gleich mitbekommt, wenn es neue Updates gibt, wenn es neue Videos gibt oder Posts gibt und so weiter, dass ihr da im neuesten Stand seid. Ich habe keine Ahnung, was so die nächsten Wochen bringen werden, was es für Videos gibt. Es ist zum Beispiel, ich habe noch in den Startlöchern ein Video von Mario Prass, der sich mit Heraldic und mit Wappen und so weiter beschäftigt, wo man also unglaubliche Stories. Also unglaubliche Stories. Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Das Ayahuasca, das Peru-Ayahuasca-Tagebuch von mir vom Mai wird es auch am fertig werden. Der liebe Robert, danke dafür. Ist mit dem Rohschnitt, sage ich jetzt mal, fertig und es muss jetzt nur noch verfeinert werden. Es wird sicher noch ein, zwei Wochen dauern, weil ich einfach nicht die Zeit habe und das Step-by-Step mache und noch versuche, mich eben selbstständig zu machen. Jetzt endlich mit der Homepage und irgendwie versuche nicht mehr in dieser IT zurückzukommen. Kann ich aber nur mit eurer Hilfe schaffen. Es ist, wie es ist. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Ich versuche, mein Herz da rauszuschütten und mein Herz auf der Zunge zu tragen, damit ich euch inspirieren kann und besonders informieren kann. Und ich sage herzlichen Dank für eure Unterstützung. Danke, dass ihr autark denkt, dass ihr zu einer eigenen Meinung steht, dass ihr euch selbst immer weiter erkennen wollt und nie die Suche aufgibt. Und ich sage wirklich herzlichen Dank. Bis in ein paar Tagen und alles Liebe. Bis später. Ciao. Ciao.